Ja, hallo. In diesem Video wollen wir eine Formel herleiten für das Produkt aus einer komplexen Zahl z und ihrer komplexen Konjugation. Wir werden feststellen, dass das Ergebnis eine reelle Zahl ist. Also ich schreibe mal hier einfach symbolisch hin, das Ergebnis wird eine reelle Zahl sein. Ja, und das ist deshalb interessant, weil normalerweise das Produkt aus zwei komplexen Zahlen, also zum Beispiel z1 mal z2, eine andere komplexe Zahl ergibt. Also wenn ich zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziere, dann wird im Allgemeinen eine komplexe Zahl als Ergebnis erscheinen. Ja, aber wenn die beiden komplexen Zahlen hier komplex konjugiert zueinander sind, dann ist das Ergebnis eine reelle Zahl. Das ist das Interessante und das hat auch eine wichtige Anwendung. Und deshalb ist diese Formel hier auch die wichtigste aus dem ganzen Kapitel, nämlich die Anwendung, dass ich damit einen Nenner reell machen kann. Ja, und das ist wichtig, wenn ich komplexe Zahlen dividiere. Aber das erkläre ich im nächsten Video. Wir leiten jetzt einfach hier mal eine Formel her und wir werden sehen, das Ergebnis ist eine reelle Zahl. Gut, der erste Schritt lautet, dass ich diese komplexe Zahl z hier ausführlich schreibe als a plus b mal i. Wobei a und b beliebige Buchstaben sind. Ich hätte hier auch schreiben können x plus y mal i oder c plus d mal i. Ganz egal, was ihr da wählt, wenn ihr das selber beweist. Einfach zwei Buchstaben wählen. Gut, dann wird das Ganze multipliziert mit der komplexen Konjugation. Und da kann ich jetzt nicht mehr irgendwelche Buchstaben nehmen, denn die komplexe Konjugation ist festgelegt als z, aber mit einem Minus hier. Also lautet die komplexe Konjugation a minus b mal i. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt muss ich diese beiden Klammern miteinander ausmultiplizieren. Ja, ich würde da einfach die dritte binomische Formel nehmen, aber machen wir das erstmal von Hand. Die dritte binomische Formel haben sowieso schon alle vergessen. Also ich multipliziere von Hand aus. a mal a ergibt a². Und a mal minus b i ergibt minus a b i. b i mal a ergibt plus a b i. Und b i mal minus b i ergibt minus b i zum Quadrat. Und b i zum Quadrat ist ja nichts anderes als b² mal i². Also kann ich auch schreiben b² mal i². So, diese beiden Terme hier heben sich jetzt gegenseitig auf und deshalb kann ich die hier streichen. Dann als nächstes wende ich die Definition der imaginären Einheit an, also i² gleich minus 1. Die wende ich hier an, auf diesen Ausdruck. Gut, machen wir das mal. Also wir haben hier a². Das hebt sich beides auf. Dann kommt minus b². Und i² ersetze ich durch minus 1. So, und jetzt mache ich folgendes. Diese beiden Minuszeichen hier heben sich auf. Minus mal minus ergibt plus. Und ich erhalte das erste Ergebnis, nämlich a² plus b². Das ist schon mal hier mein erstes Ergebnis. Ja, und wenn wir uns das Ergebnis angucken, sehen wir, dass das Ergebnis tatsächlich reell ist, also eine reelle Zahl. Denn a und b sind ja diese beiden reellen Zahlen hier. Oder anders ausgedrückt, im Ergebnis ist ja keine imaginäre Einheit i zu finden. Und deshalb ist das eine reelle Zahl. Es gibt noch ein weiteres Ergebnis und das findet man, wenn man zurückdenkt an das vorige Kapitel. Da haben wir für den Betrag einer komplexen Zahl folgende Formel hergeleitet. Der Betrag einer komplexen Zahl ist gleich der Wurzel aus a² plus b². So, das kann man auch anders schreiben, wenn wir beide Seiten quadrieren, erhalten wir Betrag von z zum Quadrat ist gleich a² plus b². Und dieses a² plus b² setzen wir hier ein. Und dann erhalten wir als zweite Lösung z mal z quer ist gleich z mal z quer oder z mal z konjugiert ist gleich a² plus b² oder Betrag von z zum Quadrat. Ja, das war es erst mal hier. Im nächsten Video zeige ich euch dann eine Anwendung dieser Formel, nämlich die Division komplexer Zahlen. Aber hier sind wir erst mal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen! Ja, das war ich. Untertitelung des ZDF, 2020